Ja, gib's nicht endlich zu, dass du was suchst? Ja, gib's nicht endlich zu, dass du suchst? Ja, ich geb nicht endlich zu, dass ich such. Und was suchst du denn? Ja, was such ich denn? Ich such das, was ich such. Ich such ja danach. Ja, lass mich jetzt mal suchen. Ich schau jetzt mal nach, was ich eigentlich such. Ich such jetzt mal nach dem, was ich such. Ja, freilich. Das glaub ich doch schon. Das ist klar, 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 klar. Ich glaub ich doch nieder, 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 nieder. Du suchst doch gar nicht nach dem, was du suchst. Doch, warte mal, warte mal. Ich such jetzt, ich such leider ganz kräftig. Nur leider, 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 leider. Jetzt lass mal nach Zeit, leider. Leider hab ich noch nichts gefunden. Jetzt lass mal nach Zeit. Ja, was suchst du eigentlich beim Suchen? Ja, warte mal. Ich such mir grad das, was ich suchen tue. Ich such nach dem, was ich such. Ja, da such ich gerne noch. Weil Suchen ist Spaß. Leidfreudevolle Erfahrung. Leidfreudevolle Sucherfahren. Ja, jetzt gib schon eigentlich zu, dass du suchst. Ja, ja, ich gib zu. Ich such, ich such was. Ja, ich weiß noch nicht was. Darum such ich jetzt mal nach dem, was ich such, gell. Ich such. Ich bin schon richtig süchtig nach Suchen. Ich bin ein Such-Such-Typ. Ein suchsüchtiger Sucher. Ich bin süchtig nach Suchen. Ich suche schon das Suchen, gell. He, Maai, Boa, was wirst du gehen? Ja, ich such doch noch dem, was ich such. Ja, okay. Was bleibt man da noch? Was stimmt jetzt nicht? Nicht jetzt genau? Was stimmt jetzt nicht mit Gästchen aus, ja was stimmt jetzt nicht mit jetzt? Was stimmt jetzt nicht mit dem Jetzt? Was stimmt jetzt nicht mit dem Jetzt? Ja sagst du mir jetzt Neu, das ist ja nichts. Jetzt stimmt ja, weil ich's mit dem Jetzt nicht mit. Was stimmt jetzt nicht mit dem Jetzt?